Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und schau mal Epic, wir befinden uns hier mal wieder in Phasmo in Minecraft. Euch hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, was mich sehr freut. Uns macht es auch viel Spaß. Wir sind gute Ghostbusters und beim letzten Mal haben wir ja die Einstellung getroffen, dass wir jetzt mehr Geist, ich bin kein Geist. Oh, der Geist kommt zu mir. Dass wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Geister freigeschaltet haben. Die es so gar nicht in Phasmo Phobia gibt. Und ich würde sagen, heute versuchen wir mal noch ein paar weitere kennenzulernen. Und diesmal werde ich auch wirklich darauf achten, beziehungsweise du, weil ich glaube, du bist diesmal Party Leader mäßig, dass wir wirklich dann auch eine Map nehmen, die mal ein bisschen schwieriger ist. Also irgendwie haben wir es immer geschafft, immer die gleiche Amateur Map irgendwie komischerweise zu spielen. Und was auch richtig nice ist, die Map wurde gespeichert. Das heißt, wir haben noch unsere Items. Das heißt, ich habe hier meine Voodoo-Doll, die wir noch benutzen können. Die wird erst von mir abgezogen, sobald ich mal gestorben bin. Und wir haben sogar noch 115 Geld. Wie viel hast du? Hast du auch so viel? Äh, wo sehe ich mein Geld? Buy Items, musst du gucken. Ah, ja, ja, ja. Ich habe 165. Wow, du könntest dir noch was kaufen. Also, wir könnten uns theoretisch zweimal auch ein Geisterbuch kaufen und so. Das ist glaube ich nicht so. Und klingt Salz? Können wir uns Salz kaufen? Ja, ich weiß nicht ganz, was es hilft. Einen Salt Shaker kannst du kaufen. Ich meine, why not? Wir können uns sogar einen Motion Sensor kaufen. Dann sehen wir, wie er sich bewegt und wo. Das ist auch schon heftig. Okay, ich habe auf jeden Fall noch meinen Master Key. Ja, ich würde sagen, ich kaufe jetzt erstmal nichts. Lass erstmal eine Runde spielen und dann gucken wir mal. Das heißt, du kannst gerne mal, ähm... Ach nee, ich kann das sogar machen. Kann ich das machen? Ah, dann bin ich ja Partyleader. Stimmt ja, okay, wir gucken jetzt mal. Amateur, wollen wir direkt mal mit Mittel starten? Ja, können wir machen. Okay, dann gehen wir hier Craften spielen. Und dann geht es auch schon los. So, wir sind jetzt schon da. Das heißt, ich bin wie immer EMF Main. Und ich gehe direkt mal rein. Wir machen jetzt mal ohne Taschenlampe heute, oder? Äh, ja. Du warst eh, glaube ich, eh immer ohne Taschenlampe, ne? Ja. Ich glaube, das ist das Haus, wo wir am meisten Kontakt mit Geistern hatten. Ich glaube, es war schon relativ oft so, dass wir hier jemanden gefunden hatten. In der Küche hatten wir schon jemanden. Oben hatten wir noch nie, glaube ich, jemanden. Was sehr interessant ist. Okay. Ich habe das Thermometer und das Buch und die Kamera. Ich höre jetzt erstmal, naja, ob es hier irgendwo sehr kalt ist. Ja. Hallo. Oh, habe ich mich erschreckt. Hey, was hast du? Dreier. Ich höre dir ein Piepsen. Dreier. Hier im Dings. Okay. Okay, ist es hier? Ja, bis jetzt habe ich noch keinen kalten Raum gesehen. Oh, habe ich mich erschreckt. Okay. Also hier hat es gepiepst. Vielleicht ist er im Wohnzimmer. Könnte ja sein. Why not? Ich gehe mal nach oben gerade schauen mit der Kamera. Ja. Es geht auch im Dachboden. Es hat auch gekluxelt bei mir. Was auch immer das heißt. Ich komme auch mal hoch. Wie viel Grad haben wir hier? Hier haben wir 18 Grad. Oh Gott. Hier ist es auch nicht kälter. Oh, oh. Irgendwie bin ich heute aufgeregt. Das letzte Mal war ich weniger aufgeregt. Hallo. Weiß nicht ganz. Okay. Hier ist auch nichts. Also bis jetzt hatte ich nur einen Ausschlag. Ausschlag. Unten. Da könntest du auch noch mal gucken. Wo hattest du denn bis jetzt die wenigsten Temperaturen? Ich glaube unten mit 16 Grad. Aber hier oben auf dem Dachboden habe ich auch gerade 16 Grad. Okay. Ja, vielleicht haben wir den Raum auch noch nicht gefunden. Ja. Auf dem Dachboden sehe ich jetzt persönlich auch nichts. Hey, ich sehe das. Okay, wir können wieder nach unten gehen. Vielleicht haben wir dort ein bisschen mehr Glück insgesamt. Ja, hier war ja auch der Ausschlag. Vielleicht ist er ja irgendwo und läuft hier rum. 15 Grad haben wir hier. Guck mal nochmal in der Küche. Vielleicht wartet der mal wieder. Wir haben ja mal wieder was kochen uns. 16 Grad. Okay, hier ist auf jeden Fall 15, aber noch nicht, naja, noch keine gefrierte Temperaturen auf jeden Fall. Ich höre ihn auch. Hast du das gehört? Dieses Äh. Was ist denn da los? So wie so ein Zombie-Geräusch. Oh, er ist aber auch richtig aktiv, muss ich sagen. Okay, ich gucke mal. Hm, UV-Lampel. Wir können auch mit ihm reden. Ich nehme mal die Spiritbox mit. Mal gucken. Okay, vielleicht können wir die benutzen. Bis jetzt hatten wir nur hier was. Interessant, interessant. Was auch immer das heißt. Ich gucke jetzt nochmal in die Räume rein. Vielleicht hat sich die Temperatur verändert, aber bis jetzt hier unten in der Küche auf jeden Fall noch nicht. Es ist halt weird, dass ich überhaupt ein 3er EMF hatte, aber ansonsten jetzt gar nichts mehr, ne? So 0. 4 Grad. Oh. Oh Gott. Ah, hier ist er, hier ist er, hier ist er, 3. Ich habe mich so erschrocken. Da hinten ist er. Ja, da irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo genau, aber hier. Ich weiß. Hier ist ein Grad. Ja, dann da drinnen. Okay, ich lege mal das Buch hier rein. Vielleicht schreibt er rein. Ja, okay. Aber Gefriertemperaturen haben wir nicht. Ich, also 1,5 Grad haben wir hier. Ich weiß, also irgendwie, weil, irgendwie habe ich immer im Flur hier nur diesen 3er EMF gehabt. Vielleicht, er könnte auch hier im Flur sein. Willst du uns wehtun? Zack Jonas, do you want to hurt us? Okay, mal gucken. Ja, mal schauen. Manchmal kann man ihn ja doch nochmal ein bisschen so, ähm, ein bisschen rauslocken. Ich habe gefragt, wie alt er ist. Hast du die Tür so gemacht? Ja. Okay. Das ist wichtig. Ähm, ist da ein Ghost? Ist hier ein Ghost? Ist hier ein Geist? Ja, er redet immer noch nicht mit uns. Ah, das ist schon, naja, okay. Ähm, vermisst du es Leben zu sein, Zack Jones? Ja, okay, er redet nicht. Bist du draußen? Äh, ja, ich schaue gerade durch die Kamera. Ich habe die jetzt in diesem Raum aufgestellt. Ja, siehst du was? Ich habe jetzt auch mal, ne, ich habe nichts gesehen. Ich nehme auch mal die Lampe mal mit. Vielleicht sind wir Fingerabdrücke dort. Okay. Also er will halt wirklich nicht mit mir reden. Er will nicht sagen, dass er irgendwie jemandem wehgetan hat. Bist du böse auf uns? Fingerabdrücke haben wir, Fingerabdrücke haben wir. Oh, okay. Hier bei der Tür. Ja, nice. Okay, das können wir auf jeden Fall schon mal abwarten. Bei welcher Tür? Äh, hier vorne jetzt direkt. Genau, die Tür. Hier vorne, ja, ja. Also ist er hier drinnen wahrscheinlich doch noch. Genau, Fingerprints haben wir schon mal ab. Achso, nee. Oh, habe ich mich erschrocken. Ja, never mind. Ah, ich sehe sie sogar. Aber er hat auch nichts reingeschrieben. Hat er reingeschrieben? Oh, der ist da. Der ist da. Ich habe mich so erschrocken. Ich bin weg. Du kannst raus. Du kannst raus. Er hat doch nicht die Türen zugemacht. Er hantet nicht wirklich. Ich habe mich so erschrocken. Ist er noch da? Oh, ich habe mich so erschrocken. Ja, ich habe nur noch Herzschlag gehört, deswegen. Ich gehe. Du kannst es alleine machen. Nein. Okay, warte mal. Wir haben eine Sache. Nein, du kommst mit rein. Ich habe nicht so viel Platz in meinem Elemental. Wir könnten uns doch die Experimental, wir könnten uns die Woodoo-Donnen so einpacken. Oh, ich habe sie nicht mit reingenommen. Oh, nö. Ich habe den Key auch nicht mitgenommen. Oh, nein. Ja, gut. Dann müssen wir halt nochmal gucken. Ah, ja, reden wollte er nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen näher ran. Vielleicht müssen wir ein bisschen näher ran. Ja, ich war schon sehr nah ran. Ja, okay. Ich rede nochmal mit ihm. Moment mal. Vielleicht hat er ins Buch geschrieben. Ist er dort? Bist du alt, Zack Jones? Er ist nicht mehr da. Ins Buch hat er auch noch nicht reingeschrieben. Sehr interessanter Name. Ist irgendwas falsch, Zack Jones? Ja, er will nicht reden. Er will noch nicht reden. Ah, hattest du eigentlich das Licht an, während du mit den Orbs geschaut hast? Äh, ich glaube schon. Bist du nah? Ja, okay. Er redet, er redet, er redet, er redet. Er deckt. Nein. Okay, wir mussten wirklich im Raum stehen. Dann könnten wir das auf jeden Fall auch nochmal abhaken. Das heißt, er geht mit uns reden. Das heißt, es könnten jetzt noch 1, 2, 3, 4, ein Debuk, ein Poltergeist, ein Wraith oder ein Spirit sein. Okay, das heißt Ghost Rising, Freezing Temperatures, Ghost Orbs oder EMF 5. Oh je, oh je. Okay, also durch die Kamera sehe ich auf jeden Fall schon mal nichts. Vielleicht müssen wir die Kamera anders hinstellen. Das könnte sein, ja. Hallo. Wo bist denn du? Ja, Moment mal. Okay, mit dir traue ich das nicht. Aber alleine, ich weiß es nicht so ganz. Warte, kann ich die nicht abbauen oder musst du die abbauen? Achso, hier. Das Buch nehme ich auch mal mit, weil er schreibt ja nicht ins Buch rein. Ja, du kannst auch zumindest mal... Oh mein Gott. Aber er geht nicht richtig handen, weil er macht nie die Türen zu. Normalerweise versperrt er komplett die Türen. Und er bewegt sich ja auch gar nicht, ne? Was ist denn da los insgesamt? Oh, ist er noch da? Ich höre ihn, glaube ich. Warte, ich schau mal rein. Er steht da. Hä, aber warum macht er nichts? Er ist richtig nice. Vielleicht können wir einfach mal die Dings hier hinstellen. Hast du das? Ich gehe mal raus. Der Racer, der Sex Jones, der ist nicht so cool drauf gerade. Ja, wir können mal durch die Kamera schauen. Interessant, der irgendwie... Vielleicht siehst du was durch die Kamera. Vielleicht ist er nicht so ein Läufer insgesamt. Also der hat nicht so Bock drum zu laufen. Ich sehe gar nichts. Hm, ich sehe jetzt noch dort. Fünfer, Fünfer, ja, 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 we got it, we got it. Oh, sehr gut, wir können abhaken. Oh, sehr nice. Oha. Also, okay. Okay, was ist denn? Was ist denn? Äh, Dabok. Ein Dabok. Oh, das ist ein neuer Geist. Wir haben einen neuen Geist kennengelernt. Stimmt, das ist ein neuer. Oh, sehr gut. Moment, dann wenn du drin bist, mache ich dir den Job zu. Ja, schau nach Hause. Head home. Nice. Klingt ja schön kält. Und wir haben sogar einen neuen Geist kennengelernt. Sehr interessant. Der hat irgendwie einen nicht verfolgt, wenn du weißt, was ich meine. 45 Geld habe ich bekommen. Ich auch. Ah, wir haben nicht... Ah, wir müssen uns auch mal die Aufgaben durchlesen vielleicht. Stimmt, wir haben nicht alle Aufgaben erledigt. Na, das ist nicht so gut. Okay, warte mal, dann will ich sagen, wir können diesmal vielleicht ein bisschen was kaufen. Ich gehe auf jeden Fall mal meine Items auch hinzufügen. Okay, habe ich auch gerade gemacht. Ah, vielleicht ein bisschen blöd im Endeffekt. Ich habe 210 Geld. Boah. Ich kaufe auf jeden Fall was cooles. Ich kaufe einen Motion Sensor. Mal gucken. Einen Motion Sensor, okay, das ist gut. Ich glaube, ich werde mir mal den Smudge Stick holen. Der kostet auch nur 15. Dann hole ich mir den und ich hole mir Salz. Ich weiß gar nicht, was das kann, um echt zu sein. Genau. Okay. Ah, nee. Ich nehme mal einen Kruzifix mit. Weil da können wir, wenn wir das fallen lassen oder glaube ich in der Hand halten, dann kann der uns bei einem Hand nicht wegschnetzeln. Okay. Oh, das ist gut. Dann, äh... Oh Gott. Äh, zurück. Gehen wir neuen... Nächste Runde? Nächste Runde. Dann machen wir mal Professional. Das ist auch wieder Craften. Leider. Aber dafür jetzt nochmal eine Schippe schwieriger. Ich habe meine Items vergessen. Gotcha. Oh Mann. Okay. Ich habe das Thermometer, das Buch und die Lampen. Ein Smudge Stick ist so ein Räucherstäbchen einfach. Was ist denn da los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt... Oh, das werden wir ausprobieren. Das macht... Das geht... Fußabdrücke. Oh, das ist ja praktisch. Aber ich glaube, es gibt Geister, die haben keine... Die... Also, ich habe hier direkt einen Dreier. Hier vorne direkt einen Dreier. Die Aufgaben lesen, dass wir die vielleicht auch erfüllen, dass wir noch mehr Geld bekommen. Oh, das ist ja eine ganz gute Sache. Also, discover what kind of ghost. Also, welcher Geist es ist. Okay. Dann, ah, successfully smudge the ghost with a smudge stick. Okay, wir sollten anscheinend so ein Räucherstäbchen benutzen, wenn der Geist da ist. Oh, okay. Das können wir machen. Und, ähm... Wir sollen alles schaffen, ohne dass wir sterben. Okay. Das können wir auch schaffen. Und während einem Hunt sollten wir eventuell einen Vierer-EMF bekommen. Ich habe einen Dreier schon. Er ist auf jeden Fall hier in der Küche, im Esszimmer, glaube ich. Ah, okay. Da komme ich runter. Wenn du nach unten kommst, ich gehe mal ganz kurz noch ein paar Items holen. Und eventuell nehme ich mal deinen Smudge-Stick mit. Oder vielleicht den Salz-Dings. Ich nehme mal den Salzstreuer mit. Okay, ich bin in der Küche. Das ist vier Grad. Nee, im Esszimmer ist vier Grad, glaube ich. Okay, ich habe den Salzstreuer mit. Willst du es Salz streuen? Das ist dein Ding. Ja, ich lege mal das Buch hier einfach schon mal hin. Ja, ja, genau. Ich habe auch mal die Kamera hier. Ich stelle die mal hier hin. Vielleicht sehen wir irgendwas. Guck mal. Wo bist du? Hallo. Da. Geh mal Salzstreuen. Warte. Ja. Warte, warte, warte. Der Dreier-EMF ist... Oh, ich verstehe. Geister, die durch das Salz laufen, hinterlassen Fußspuren. Ja. Mega cool. Okay, soll ich den einfach mal hier hin platzieren? Also hier zum Durchgang? Hast du das gemacht? Freezing Temperatures. Oh ja, wir können es abhaken. Es ist Buch geschrieben. Ah! Hä? Als ob er sich einfach so... Okay, warte mal. Finger... Nee, Ghostwriting haben wir noch. Ähm, wo soll ich das Salz hin platzieren? Ja, mach mal hier hin einfach so. Aber wie? Ähm, ich weiß nicht. Aber es liegt ein Rechtsklick wahrscheinlich. Ach, guck mal. Tatsächlich, ich hab's hierhin gelegt. Kannst du? Das sieht ja richtig lustig aus. Ey, wir müssen hier mal ein bisschen provozieren. Ich hol mal die Spiritbox, da können wir ein bisschen mit ihm reden. Stimmt, ja. Und vielleicht späumt er dann. Ich guck auch mal mit der Lampe. Vielleicht sehe ich auch schon Fingerabdrücke, aber ich sehe keine bis jetzt. Ja, ich kann auch mal ganz kurz durch die Kamera gucken. Sehe ich da Ghostops? Nee, das ist dein Atem, glaube ich. Hallo, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Geh doch mal da rein. Sehe ich dann deinen Atem? Oder ist es... Ich glaube schon. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt durch deinen Atem. Okay. Ich komm mal wieder. Ist er durch Salz... Er ist durch Salz gelaufen. Nein. Doch, du kannst die... Guck mal, hier ist durchgelaufen. Hä? Echt? Bist du eingedrückt? Nee, das ist schon die ganze Zeit so, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wer bist du? Sie heißt Mary Dovenschmitz. Was ist denn da los? Mary. Willst du mir diesen Smudge-Stick geben? Achso, den hab ich nicht dabei. Kannst du holen. Oh, ich hol ihn. Äh, vielleicht warte ich auf dich. Hey. Nee, ich red mit ihr. Ähm, woher kommst du, Mary Dovenschmitz? Einfach Dovenschmitz. Was? Ah, wir reden ein bisschen mit ihr. Komm, bist du freundlich, Mary? Wie geht's dir? Mary, are you friendly? Sie ist nicht... Sie redet noch nicht. Sie redet noch nicht. Okay. Ich mach mal hier dieses Räucherstäbchen. Hä? Neh ich hier was? Vielleicht musst du es aber auch, ähm, auf sie sozusagen anwenden. Vielleicht vertreibt es sie es auch. Das weiß ich nicht so ganz. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, also ich geh sie auf jeden Fall wirklich ein bisschen provozieren. Oh, ey. Es ist ausgegangen. Mein Räucher, mein Räucherstäbchen ist ausgegangen. Ich hab auf jeden Fall... Ich hab auch gesagt, ist anyone here? Und dann ist es ausgegangen. Oh, oh, oh. Okay, ich hab wieder die Lampe. Sehe ich jetzt vielleicht? Ich hab wieder gefragt, ist anyone here? Okay, besitze ich aber auch keine Fingerabdrücke. Es ist so gruselig. Ähm... Ist hier was? Hast du jemanden weggeschnetzelt? Okay, aber sie will auf jeden Fall nicht reden. Ich mach mal ganz kurz den Salzstreuer weg. Vielleicht kannst du ganz kurz die Kamera umstellen. Ja. Weil dann kann ich auch mal gucken, ob wir Ghostops sehen auf der anderen. Dann vielleicht ein bisschen mehr ins, äh... Ins Geschehen. Ja, ich hätt sie mal rein. Ja, ja, ja. Dann kannst du mir sagen, dann kann ich aber... Okay, und? Siehst du was? Hm, ich guck gerade. Ich seh nichts. Ich seh da hinten, aber die ganze Zeit deine... Ich glaub, sie ist eher da, oder? Hä? Nee, ich seh nichts. Ist das Licht aus? Äh, ja, das ist aus. Hm. Nee, ich seh nichts. Ich seh nichts. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Vielleicht brauchen wir ein EMF. Mal gucken. Wir können mal ganz kurz schauen. Es sind noch eins, zwei, drei. Vier Geister. Er hat was kaputt gemacht. Ja, ich seh es. Ich hör es. Oh Gott, hab ich weißt schon. Poltergeist, die sagst du? Vielleicht. Maybe. Hallo? Okay, warte mal. Ich schau mal hier. Nein, nein, nein. Hier sind keine Fingerabdrücke. Ich glaub, sie wird langsam aktiv. Die ist ein... Hm, keine Fingerabdrücke. Hm, hm. Ich hab auch kein EMF mehr. Okay. Das ist seltsam. Zumindest müssen wir halt raten. Moment mal. Hä? Oh nein. Ich dachte, es wäre wieder warm geworden in einem Raum. Ach so. Oh! Was war das? Ich weiß es nicht. Alter, hab ich mich erschreckt. Okay, ja. Ich komm, ich rede nochmal mit ihr. Ist da irgendwas, womit wir dir helfen können? Ach man. Vielleicht muss ich auch richtig in den Raum rein. Ich weiß es nicht. Aber da war ich ja auch schon. Bist du freundlich? Ich schau mal durch die Kamera. Vielleicht sehe ich ein paar Orbs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, warte mal. In welchem Room bist du? Oh, nee. Das kann ich nicht mehr fragen. Sie hantet. Nein! Nein! Mary! Komm mit mir. Komm mit mir. Komm mit mir. Wo bist du? Komm. Komm hier rein. Hier verstecke ich mich immer. Hoffentlich kommt sie nett. Ich guck ganz, ganz stark dich an. Oh, ich glaub, sie hat aufgehört schon. Oh. Du kannst dir aber vorgehen. Oder? Nee, sie hantet doch. Komm, komm rein. Komm rein. Hörst du das? Ja, ich hör das. Das könnte jetzt unser Tod sein. Nein. Hilfe. Sie hantet noch. Also, wenn das Licht flackert, hantet sie. Oh Gott, ich hör auch diese ganzen... Wenn ihr ganz leise seid, dann hört ihr das. Du kannst auf den EMF schauen. Vielleicht können wir eine weitere Aufgabe erledigen. Mit dem Viererhand? Äh, ja. Ich hab Angst, dass ich dann sterbe schon, ne? Äh, tauschen. Ja, mach. Du bist aber ganz schön, äh... Oh. Oh, sie hat aufgehört mit dem Hund. Oh, tatsächlich. Na ja, gut. Okay. Vielleicht jetzt nochmal Fingerabdrücke schauen. Ja. Sieht ja die Sachen angefasst hier. Vor allem die Tür. Okay. Wir hätten uns auch den Master Key mitnehmen können. Da hätten wir mit rausgekommen, zum Beispiel. Stimmt. Aber hier sehe ich auch keine tatsächlich. Ich dachte, sie ist schon wieder da. Ich hab keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Sie will nicht mit uns reden. Sie will keine... Sie will keine Ghost Orbs, keine Fingerprints. Sie hat kein EMF 5. Höchstens, wenn wir genau... Oh, hab ich mich erschrocken. Genau, wenn wir bei ihr stehen. Vielleicht hat sie dann EMF 5. Aber das lohnt sich ja nicht. Oder? Wir könnten das einfach mal abhaken, vielleicht. EMF 5? Sagst du, das ist es? Ja, vielleicht. Ja. Okay. Ja, wir müssen leider raten. Na, gehen wir mal halt mit EMF. Sagst du ja richtig. Vielleicht bekommen wir auch kein Geld. Naja, mal schauen. Also es wäre jetzt ein Nocturne. Nocturne. Mal gucken. Komm, wir sind rein. Ja, 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 ja. Wir können uns rausgucken. Und zurück. Und gute Nacht. Oh Mann, ich bin gespannt. Nocturne war es. Und? Und es war ein Funnel. Ich habe 60 Geld bekommen. Ich habe auch 60 Geld tatsächlich bekommen. Ja, okay, wir hatten es aber nicht richtig. Oh Mann. Das Ding ist halt, ich kann jetzt leider nicht ganz nachvollziehen, was wir gebraucht hätten, damit es ein Funnel wäre. Das würde mich natürlich gerade interessieren. Okay. Wollen wir nochmal eine Easy-Runde machen, schnell? Ja, können wir machen. Eine kleine Easy-Runde. So, dann wäre das diesmal Edgefield. Das hier Amateur. Und let's go. Oh, warte. Komm rein. Ah, warte nicht. Da. Kann ich nochmal zurück? Ich glaube nicht. Nein, ich habe meine Items wieder nicht mit reingenommen. Gott, ja. Okay. Okay, wir sind jetzt hier Amateur. Das heißt, das sollten wir hinbekommen. Ja. Das ist einmal auf Mittel geschafft, aber nicht auf Hard. Also. Aber das war auch der Geist. Der Geist war weird. Komischer Funnel. Okay, ich gucke erstmal hier durch die ganzen Räumlichkeiten. Mal gucken. Das letzte Mal hatten wir zweimal den oben. Das weiß ich noch. Stimmt, ja, ja, ja. Es könnte aber auch sein, dass er im Keller diesmal ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht im Keller. Ich weiß nicht, warum. Keller ist denen auch zu gruselig. Okay, nein, nein. Hier ist auch relativ warm im Keller. Hier sehe ich von der Temperatur schon mal nichts. Ich gehe schon mal hoch. Ja. Wir haben ja sogar noch die Voodoo-Doll und alles. Also auch den Master Key. Das heißt, wenn jemand hantet, könnten wir sogar theoretisch, ja, einfach rausgehen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hallo. Hallo. Ich bin gespannt, wie er oder sie heißt. Wenn das letzte Mal Mary Dovenschmerz am Start war, könnte diesmal, ja, weiß ich nicht so ganz schreck sein. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie heißt sie? 1,5 Grad hier oben. Kenneth Harris. Kenneth. Es ist 1 Grad. Wo bist du? Oben im orangenen Raum. Dann wird es wahrscheinlich da sein. Ja, Freezing Temperatures. Ja, ja, ja. Oh, easy. Guck mal, ich komme hier direkt mit einer Lampe an. Freezing Temperatures. Guck mal, machst du hier hin. So, perfekt. Sehr gut. Und, ähm, dann lass erst mal runter, können wir nochmal ganz kurz schauen. Oh, hat sie reingeschrieben? Äh, nee. Ach, du hast reingeschrieben. Oh, 3er EMF, aber kein 5er. Okay, Finger abdrücke sehe ich bis jetzt noch nicht. Mhm. Ich, äh, ja, lass mal erst mal mit den Orbs schauen. Ja. Und? Äh, ja, ich sehe Orbs. Nicey. Seht ihr die? Nicey. Okay, dann hätten wir schon das Zweite. Jetzt könnten es 1, 2, 3, 4 noch sein. Hm, haben wir alles mitgenommen? Ja, haben wir alles. Okay, vielleicht redet, äh, Kenneth oder Kareth, wie auch er heißt, mit uns. Herr Harris auf jeden Fall. Harris. Okay, ins Buch wurde auf jeden Fall noch nichts reingeschrieben. Bitte da? Nee, du bist da noch nicht. Hallo, ähm, äh, können wir dir irgendwie helfen, Kenneth? Nee, können wir noch nicht. Ähm, in welchem Raum bist du? Ah, redet auch nicht. Okay, ich komme mal mit rein. Mit dir traue ich das. Mich. Oh, er, äh, ach so, du machst es nicht. Ach. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ähm, hast du jemanden weggeschnetzelt? Nee, hat er auch nicht. Okay. Also, wissen wir nicht. Ist hier ein Ghost? Attack. Attack, sagt er gerne. Willst du uns wehtun? Ah, alles keine Antworten, die wir hören möchten. Hm. Hallo, ich mache mal und aus. Oh Gott, das sollte ihn, glaube ich, richtig triggern. Das weißt du. Haha. Ja. Oh, oh. Okay, er ist aktiv auf jeden Fall jetzt. Naja, ich rede nochmal ein bisschen mit ihm. Wir gehen ihn mal richtig, richtig triggern jetzt. Na Mann, warum ist der denn kein Reder? Ja, ich will mit ihm reden. In welchem Raum bist du? Attack. Also, ich habe immer noch einen Dreier hier. Ja, lass einfach mal das Licht überall anmachen. Das stört ihn auch. Ja, okay, okay. Ähm, das Licht hier. Das Licht da. Ja, auch an. Ich gehe mal vor, du bist ein Geist und das Einzige, was dich bockt, ist, ob das Licht an ist. Oh nein. Irgendwie traurig. Okay. Hier im Raum ist bis jetzt aber auch noch nicht mehr. Nein, nein, nein. Keiner hat das Buch angeschrieben. Nee, nur im Dreier. Und auch keine Fingerabdrücke. Komm schon, Kenneth. Was ist los mit dir? Oh Mann, ich mag das gar nicht, wenn wir so nicht so schnell Resultate bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, der hat immer noch nicht ins Buch reingeschrieben. Was ist denn hier los? Bist du happy? Come on. If you're happy and you know it, clap your hands. Are you happy being stuck here, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really, really show it. If you're happy and you know it, say a word. Ja, irgendwie, nee. Hm. Drei. Ja, haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas da? Was ist das? Oh Gott. Hallo? Ihr warst zu Hause? Vor allem Elsie, als würde er hier stehen, so. Schön, Kenneth, dass du hier bist. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaube, du bist kein böser Geist. Ja, vielleicht ist es einfach lieb. Also das Ding ist, wir können halt auch wieder raten. Eins, zwei, drei, vier Sachen hätten wir. Also ich denke, Ghostwriting wird es nicht sein. Dann, nee, keine Ahnung. Ich kann das jetzt nochmal eher aufheben. Und reden will ja auch nicht mit uns. Nee, reden. Außer, willst du nochmal ganz aus dem Haus kurz gehen? Ja, ja, ja. Ich guck mal, oh nee, ey. Sogar die Tür zu. Jetzt, 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 sagen wir mal, wenn du aus dem Haus bist, dann guck ich mal. Ja, bin draußen. Ja, okay. Dann, ähm, willst du mit uns reden, Kenneth? Vielleicht kann es helfen, wenn du weg bist. Willst du uns wehtun? Ich frage jetzt noch zwei Sachen. Ähm, wie alt bist du? Keine Ahnung. Aber, kannst du uns nicht zeigen? Komm, darauf müsst ihr antworten. Nee, der will nicht reden. Der will nicht reden. Also Ghostwriting ist es auch nicht. Dann Fingerprints. Ich denke, es wird Fingerprints sein eventuell. Oder? Was sagst du? Ja, soll ich es mal abhaken? Ja, was anderes. Okay, hab's abgehakt. Okay, Jokal? Ja. Okay. Oh, jetzt ist er, genau jetzt ist er tief. Ich kann auch mal schauen, ob tatsächlich Fingerprints da sind. Ja, wenn du gerade noch... Ich schau mal. Ja, komm, wir gucken noch einmal ganz kurz. Vielleicht ist es jetzt dann, sonst gehen wir mit Fingerprints. Weil ich denke, Writing hätte er gemacht und alles andere hat er auch gemacht. Hm. Ja, nee, gell? Nee, der macht hier nichts. Nee, gar nichts. Das ist seltsam. Nee, das wird Fingerprints sein. Vertrau mir. Funnel sagst du? Nee, Jokal, ne? Ja. Okay, wir haben mal schauen. Ja, der ist irgendwie weird. Es ist auch ein Anfängerhaus, muss man dazu sagen. Aber wir hatten auch schon Anfängerhause, wo Zuhause, Geisterhause, Geisterhäuschen, da war es schon weitaus, ja, anstrengender. Und? Nee, das war ja nicht. Oh, das war ein Falschen. Oh, Mann. Das ist so schwierig. Voll mal Amateur. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, also das, ich muss sagen, es war heute mehr oder weniger. Wir haben einen neuen Geist kennengelernt. Das stimmt, ja. Ja, immerhin. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ihr weitere Folgen fast nur sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich meine, vielleicht sind wir beim nächsten Mal. Wir können auch mal nur eine Professional-Runde machen. Stimmt. Die haben ja wenigstens, oder Mittel, das haben wir hinbekommen. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist doch ein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.